Die erste Teilnehmerin präsentiert uns eine Figur aus der Serie, aus dem Spiel, Atelier Mehruru. Ja, und zwar cosplayt sie Tutoria Helmholt. Und hier ist sie, ein kräftiger Applaus für Christina Müller. Das war es, lieber. Mein erstes Kostüm habe ich 2004 gemacht, also das ist schon freilich neun. Zum einen Erschaffungsprozess, dass man bei Glücklichen seinen eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten etwas umsetzt und dann zum anderen natürlich auch das Präsentieren an sich. Also, du möchtest rumlaufen, gegenseitig sich wohlfragen, Fotos machen, sich kennenlernen und austauschen. Das ist ja ganz wertvoll. Für mich hat es Spaß in den schönen Kostümen und den Teilnehmern nimmt es nicht zu ernst und stressfreundlich. Sagt lieber irgendwas ab und macht es an der Bahn nicht Spaß. Und hier ist es für mich, dass du kommst. Das ist es für mich, dass du mich, dass ich mich, wenn du dich nicht singst. Nichts zu spüren, tief zu spüren, Denn endlich sich mein Ohr aufgeführt. Ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn. Untertitelung. BR 2019 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, vielen Dank! Nur übrigens, damit der Ablauf nochmal klar ist, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, wir moderieren an. Dann kommt ein kleines Intro-Video, was eben über die Zeit, äh, vielen Dank, so süß, ähm, das eben über die Saison gefilmt wurde.